Neil Daum, der RZ-Football-Podcast. Der Rest wurde schon in den Urlaub geschickt. Und weil die Playoff-Spiele so faszinierend sind, kommen sie in Übersee natürlich zur Primetime. Also bei uns ein Hoch auf die Zeitverschiebung mitten in der Nacht. Warum die Sportart trotzdem eine Menge Menschen zum nächtlichen Sportschauen bewegt, was an ihr so faszinierend ist und wie viel davon auch in Deutschland schon angekommen ist, stellen wir im neuen Football-Podcast Neil Daum vor. In unserem Neil Daum-Podcast wollen wir natürlich auch kurz auf die aktuellen Geschehnisse in der NFL eingehen, hauptsächlich aber auch auf die Region blicken und beleuchten, was hier an Football-Sport alles geboten ist. Außerdem schließen wir mit sogenannten Bowl-Predictions, also gewagten Aussagen, zur nächsten Playoff-Runde, an denen wir uns messen müssen. Bevor wir allerdings loslegen und mit Gesprächspartnern aus der Region über Football reden, wollen wir in dieser Folge ganz kurz die Grundlagen erklären. Gespielt wird auf einem 100-Jahrt-großen Feld. Das Spiel ist in verschiedene Spielzüge aufgeteilt. Sobald ein ballführender Spieler mit einem Körperteil den Boden berührt, ausgenommen natürlich die Füße und die Hände, ist der Spielzug zu Ende. Im Angriff bekommt jedes Team jeweils vier Chancen, den Ball um zehn Jarts nach vorne zu bringen. Gelingt das, geht es an Ort und Stelle mit vier weiteren Versuchen erneut los. Gelingt das nicht, ist der Gegner an der Reihe. Es darf maximal einmal nach vorne gepasst werden. Ansonsten geht nur das Rückwärtspassen, das man nur in Ausnahmefällen sieht, oder eben das Laufen mit dem Ball. Gespielt wird jeweils viermal 15 Minuten. Wer in die Endzone des Gegners kommt, der erhält sechs Punkte und die Chance nachzulegen. Dazu darf er entweder aus kurzer Distanz versuchen, für einen weiteren Punkt durch die Torpfosten zu kicken, oder er riskiert diesen fast sicheren Punkt und versucht mit einem Versuch über zwei Jarts gleich zwei Punkte nachzulegen. Hat ein Team im Spiel drei seiner vier Versuche bereits aufgebraucht, empfiehlt es sich oft, den Ball zu kicken, statt den vierten Versuch auszuspielen. Dabei kann man entweder versuchen, durch die Torpfosten zu kicken und somit drei Punkte zu bekommen oder, wenn man zu weit entfernt steht, panten, um den Ball möglichst weit weg von der eigenen Endzone zu bekommen und es dem Gegner so umso schwerer zu machen. Besonders spannend an der Sportart, die Grundregeln sind einfach zu verstehen, die taktischen Varianten aber unzählig. Das brachte der Sportart auch den Spitznamen Rasenschach ein. Außerdem gibt es wie in allen amerikanischen Sportarten ein Draft-System, in dem die schwächten Teams die besten Nachwuchsspieler verpflichten dürfen. Das hilft, um die Liga ausgeglichen zu halten und sicherzustellen, dass kein Team auf Jahrzehnte gesehen schlecht bleibt und eben auch keins auf Jahrzehnte gesehen gut bleibt. Und damit die Wartezeit bis zur nächsten Folge nicht allzu lang wird, gibt es jetzt von mir noch drei dieser gewagten Thesen. Zum Mitverfolgen in der kommenden Playoff-Runde am Wochenende. Nummer 1. Da spielt zugegebenerweise auch ein klein wenig die eigene Vorliebe mit. Die San Francisco 49ers besiegen in der Nacht auf Montag die Dallas Cowboys mit mehr als 15 Punkten Vorsprung. Warum? Einfach, weil die 49ers einen Lauf haben und in der Verteidigung unfassbar stark sind. Darum. Nummer 2. Trotz eindeutiger Wettquoten werden die Duelle am Samstagabend und Sonntagnacht unfassbar knapp. Zwar werden die Philadelphia Eagles gegen die New York Giants gewinnen und auch die Jacksonville Jaguars werden die Kansas City Chiefs nicht stürzen, aber in beiden Spielen erwarte ich einen Favoritensieg mit maximal 7 Punkten Unterschied. Und zu guter Letzt geht es darum, wie oft der Spielmacher der Cincinnati Bengals von der Verteidigung der Buffalo Bills einen Sack kassiert. Das heißt, wie oft die Verteidiger ihn zu Boden werfen, noch bevor er überhaupt passen kann. Das gelang den Bills in dieser Saison im Schnitt knapp 2,3 Mal. Am Sonntag passiert es aber mindestens sechs Mal. Mindestens. Wie viel davon stimmt, können wir dann nächste Woche bei der nächsten Folge von Kneel Down besprechen. Kneel Down, der rnz-Football-Podcast.